Weiter, ihr Lieben, wir haben gesehen, das ist das Teil, was wir gerade zusammen gebaut haben, mit dem Aufkleber haben wir dann drauf gemacht, in Folge 1. Wir brauchen das jetzt nicht, den brauchen wir nur für die Aufkleber. Den brauchen wir jetzt, genau. So, den würde der Papa mal eben machen, weil da ist... Weiß ich nicht, das ist ein kleines Teil, und wenn das so gut geht, dann muss man das nachbestellen. Ich glaube, da ist ein Auto. Genau. So. Zack. So, einfach Müll. Jetzt müssen wir mal schauen, warte, wir machen mal mit dem hier weiter, der muss jetzt, nee, so rumhalten, immer so. Und flipsen. Genau, super. Und... Sehr gut. Nochmal flipsen. So, dann haben wir das Teil, und das Teil, dann machen wir jetzt hier. Nein, nein, du liest zu hoch, warte. Warte. Jawohl. Einmal. Warte. Hier. Nee, stopp. Also, machen wir das andersrum. So rum. Nee, das nur hältst richtig. Und so. Zack. Fertig. So, und das wird Teil 2. Oh, warte, 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 so schnell bin ich nicht. Fertig. Okay. Haben wir auch. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig da hin. Einmal. Nein. Da hin. Hin. Ganz langsam, ganz langsam. Genau. Und jetzt da nochmal. Nein, nicht so zu... Nicht so. Oh. Und da hin. Genau. So. Ähm. Mir fällt da gerade was ein. Ist das Müll? Wir haben halt was vergessen anzumachen. Ist das Müll? Das ist Müll. Genau. So, was haben wir das jetzt? Das machen wir jetzt. Das machen wir dann auch? Schau mal. Nein, 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 nein. Das passt. So. Wir machen mal weiter hier. So. Guck mal. Lass das mal so liegen. So. Äh. Genau. Deswegen halte ich die jetzt auch so ein bisschen mal fest. Ganz langsam. So, und jetzt. So, und jetzt. Und, genau. Die brauchen wir nicht. Doch, die brauchen wir. Die können da nicht mit der Zange dran gehen. Dann sind die kaputt. So. Müll haben wir an der Seite. Die Zange können wir wegtun. An die Seite tun. Die brauchen wir ja noch. Nicht so weit weg. Und, damit wir uns nicht wehtun, machen wir die jetzt einmal zu. Okay? Gut. Aber jetzt muss man, muss man aufpassen. Also. Als erstes. Schritt 1. Wo sind wir denn? 4. 5. 5 ist jetzt das Teil. Und da kommen jetzt die kleinen Lichter hier dran. Nein, nicht mal hin. Das ist wirklich schwierig. Weil. Ich weiß nicht. Ich meine. Das ist das. Ja. Okay. So. Also. Wir haben jetzt hier vorne die Lichter dran gemacht. Scheinwärmfahrer. Yes. Nee. Links Aufkleber. Wir brauchen keinen Aufkleber. Wo brauchen wir denn Aufkleber? So. Okay. Haben wir. Das. Kommt jetzt da oben dran. Ach du Scheinwärmfahrer. Was ist das da mit nicht drauf? Ernsthaft? Wo muss das hin? Ach da. Nee. Da oben ist. Nee. Da hinten gehen die rein. Guck. Die gehen hinten in die Löcher. Die sind aber da hinten. Und da ist ein Loch. Hier guck mal. Da ist jetzt ein Zeichen. Da ist ein Loch. Und da ist ein Loch. Und wieso die Falte hinten gehen? Die gehen da nicht rein. So. Jetzt müssen wir den hier. Das kleine Teil. Das ist ein ganz grünes kleines Mini-Teil. Ja. Nicht verloren gehen. Nicht verloren gehen. Ja. Ich hab's noch. So. Okay. Haben wir. Auf dran. Wie gut. Aufpassen. 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 So, jetzt muss man mal gucken, jetzt kommt das nächste Teil hier. Ähm, okay. Jetzt brauchen wir... Das heißt, das Teil kommt jetzt erstmal beiseite, weil... Hammer nicht. Können wir noch nicht gebrauchen. Jetzt muss man mal gucken, wie das hier festgestickt wird. Aber braucht jetzt als nächstes das schwarze Teil. Dankeschön. So, das scheint zu sein. So, kommt das jetzt. Da drauf. So, guck mal, du bist mit deinem Arm auf meiner Bauanleitung, so sehe ich doch nichts. Wo ist das denn? So, und jetzt haben wir hier noch den Propeller. Und der muss... So. Da oben rein. So. Ihr Lieben, das ist das nächste Teil, was wir jetzt auch haben. Die Teile legen, die beiden Teile hier, legen wir jetzt beiseite. Und damit ist das Türchen immer zwei erledigt, mein Schatz. Und wie heißt es noch immer so schön? Und dann... Tüttchen, Tüttchen, Tüttchen. Genau. Abonnieren. Genau, da oben. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr bloß kein... Video gemacht. Dann sehen wir uns nächste Video wieder. Und es heißt Adventskalender. Und ich bin der Teuter und... Hey Luca, tschüss. Tschüss.